Oh, ey! Oh, nö, was willst denn du schon wieder hier? Wie kann es eigentlich sein, dass du immer dann auftauchst, wenn ich am wenigsten Bock auf dich habe? Ach, wie schön, ja, ich kann dich auch leiten. Schwing deinen Arsch raus. Warum soll ich denn jetzt rausgehen? Hast du nicht mehr alle Latten am Zaun oder was? Willst du mich eigentlich stumm ficken, Mann? Guck mal raus, es ist mega geiles Wetter. Die Sonne scheint, jeder ist im Schwimmbad. Ja, ich gehe bei dem Wetter nicht raus. Weißt du, wie warm es draußen ist, Mann? Ich bin ein scheiß Nerd. Ich gehe nicht raus. Jeder ist im Schwimmbad? Ah, raus. Boah, Junge, es sind 35 Grad, das ist viel zu warm. Ich gehe jetzt gar nicht mehr, ich kann ich bei dem Wetter wirklich rausgehen. Was du nicht, der hat gesagt, ja, viel zu warm. Selbst wenn, dass du nicht, der hat gesagt, ja, viel zu warm. Du bist jetzt auf jeden Fall raus, Mann, du bist viel zu fett. Die Diskussion ist ja wie in einem Film. Ach, apropos Film. Du bist ja in jedem Film. Du könntest ja mal Smogel halten. Danke. In jedem Film gibt es so ganz klassische Klischees. Ob es jetzt ein Horrorfilm, ein Actionfilm oder ein Comedy-Liebesfilm ist, das spielt absolut keine Rolle. Jeder dieser Filmgenre hat Klischees, die in jedem Film erfüllt werden. Heißt, hast du einen dieser Filme gesehen, hast du alle gesehen. Die möchte ich euch heute vorstellen. Und somit spoilere ich euch so ziemlich alle Filme. Deswegen herzlich willkommen zur Keiner-Warum-Folge. Natürlich ist das eine Warum-Folge. Nein, es ist wirklich keine. Steht sogar hier auf dem Schild. Ich nehme dieses Video gerade zum zweiten Mal auf. Warum? Erstens, das Leben spielt nicht auf meiner Seite. Und zweitens... Genau. Mein Mikrofon ist kaputt. Nichtsdestotrotz fangen wir doch jetzt mal mit den Horrorfilmen an. Denn was darf in so einem standardmäßigen Horrorfilm auf keinen Fall fehlen? Richtig, die perfekten Charakter. Diese fünf Charakter bestehen meistens aus einem Doppelhäutigen, einem Intelligenten, der Football-Quarterback, einem Mädchen ohne besondere Charaktereigenschaften und die Schlampe. Oder wie ich sie nenne, der Schwarze, der Nerd, das coole Arschloch, das Normalo-Mädchen und... die Schlampe. Ja, das ist so ziemlich die Standardaufstellung. Wie fängt jeder Horrorfilm an? Entweder fängt der Film mit einer richtig fetten Party an oder fünf Jugendliche wollen einfach nur ein Abenteuer erleben und kommen dann Schwierigkeiten. Ja, das sind schon irgendwie immer die gleichen Storys. Ist es euch schon aufgefallen? Jedenfalls ist es jetzt zu spät. Ihr seid in Schwierigkeiten und der Killer ist hinter euch her. Was ist das einzig Sinnvolle, was man jetzt machen sollte? Richtig zusammenbleiben und den Killer richtig eins aufs Maul geben. Nein? Stimmt. Sie teilen sich auf. Das ist eine sehr intelligente Idee, denn so kann euch der Killer einzeln ausschalten, um dass die anderen was mitbekommen. Jetzt habt ihr Vollidioten euch schon aufgeteilt. Was macht ihr? Ihr könnt jetzt entweder ganz leise durchs Haus schleichen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Oder was noch viel sinnvoller ist, ihr schreit durch die Gegend. Es dauert in der Regel fünf Minuten, bis einer von diesen Vollidioten in einen dunklen Raum kommt und um sich zu vergewissern, dass da niemand ist, schreit er einmal... Hallo, ist da jemand? Was zur Hölle denkt ihr euch dabei, man? Denkt ihr, er bekommt eine Antwort von dem? Ja, ich bin hier, renn lieber schon mal weg, aber ist egal, ich krieg dich trotzdem. Jetzt hat der Killer euch entdeckt, was macht ihr richtig? Abhauen. Aber wohin ist eigentlich am sinnvollsten? Zum Ausgang? Nein. Zu deinen Freunden? Nein. Auch nicht. Richtig, du rennst die Treppe hoch in den dritten Stock, wo du nicht mehr wegkommst und bist damit gefangen. Gott sei Dank gibt es solche Klischees nicht nur in Horrorfilmen. Bäm, du bist in einem Hollywood-Action-Film. Du triffst gerade auf den anderen Clan und auf deinen Erzfeind und was machst du? Richtig, du zückst eine Waffe und fängst sofort an zu schießen. Warum denn auch nicht? Meist kommen dann auch noch Verstärkungen und du kannst nur durch eine epische Verfolgungsjagd abhauen, bei der, ja, circa 50 Milliarden MP oder AK-Kugeln auf dich geschossen wird. Du hast aber zur Verteidigung nur eine Pistole, triffst sie aber alle und du persönlich kommst unversehrt daraus. Ja, das ist doch cool, aber ein Klischee. Okay, ja. Aber ist euch mal aufgefallen, Comedy-Liebesfilme von der Highschool sind immer gleich. Es geht darum, dass der Unbeliebte die Beliebteste klar machen will. Das bekommt der Beliebteste oder die Beliebteste meistens mit, dann passiert irgendwas Lustiges, Spannendes oder Abenteuerreiches und Bäm, sie sind zusammen. Was? Ja, da hat man ja mal wieder richtig Hoffnung, ne? Damit aber euer Lebensfilm nicht voll mit schlechten Klischees ist, solltet ihr diesem Video jetzt einen Daumen hoch geben. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Scheißkanal. Kennt ihr noch schlechte Filmklischees? Dann schreibt sie unten in die Kommentare und wartet unbedingt bis nach der Endcut, denn da gibt's noch ne Überraschung. Ciao. Dafür bieten sich meist 5 Jugendliche von einer Highschool an. Highschool? Habe ich gerade ernsthaft Highschool gesagt? Oh Gott.